Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Herzlich willkommen im gemütlichen Feriendomizil Kramer in Hennef-Ukkerath. Beide Ferienwohnungen in unserem ruhig gelegenen Haus sind im Landhausstil eingerichtet und bieten alles für einen erholsamen Urlaub. Die Wohnungen sind gepflegt und sauber. Sie verfügen über eine komplette Ausstattung, sodass es Ihnen an nichts fehlen wird. Unsere Soutera-Wohnung ist barrierefrei und ebenerdig zu erreichen. Gerne sind wir bei Fragen mit unserem persönlichen Service für Sie da. Genießen Sie Ihren Aufenthalt am Ortsrand von Hennef. Unser Haus ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung.